Was ist die Internationale Woche gegen Rassismus? Vom 15. bis zum 22. März findet die Internationale Woche gegen Rassismus statt. Allein in Deutschland 1700 Veranstaltungen. Wir stehen zusammen, Juden, Christen, Muslime, Andersdenkende, gegen diese schlimmen Geißel der Menschheit, den Rassismus. In dieser Woche jährt sich auch am 15. März der Terroranschlag zum 2. Jahr in Christchurch in der Endur Moschee. Wir waren letztes Jahr dort. Sheikh Fuad, der Imam, war auch in Deutschland. Derjenige und berühmt inzwischen gewordene Sheikh Farid, der Rollstuhlfahrer, hat seine Frau dort verloren. Und er hat mit großem Herzen bekundet, dass er den Tätern verzeiht. Er wird im Anschluss an unser Video hier auch zwei Minuten Worte an euch richten, an sie richten. Auch im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe. Die Veranstaltungsreihe wird von Stiftung gegen Rassismus koordiniert und organisiert. Und in dieser Woche besuchen wir auch zu größeren Höhepunkten Gotteshäuser. Am kommenden Freitag werden wir eine Presseveranstaltung und anschließend Freitagsgebet in einer unserer Mitgliedsmoscheen machen. Dort in Darmstadt. Am Abend halte ich ein Großwort in der Synagoge, am Sonntag in der Kirche. Und am Donnerstag werden wir auch ein alevitisches Cemhaus oder ein alevitisches Haus besuchen und dort auch Großworte halten. Hier gilt es zusammenzustehen, Hashtag Solidarität. Hier gilt es ganz deutlich zu sagen, Rassismus ist keine Meinung, sondern ist ein Verbrechen. Es beginnt mit verbalem Rassismus und endet. Und wie wir gerade sehen an den schrecklichen Ereignissen in Halle, in Hanau, aber auch NSU, Christ Shirts sind Beispiele dafür, dass der Rassismus eben nicht beim verbalen Rassismus Schluss macht, sondern leider da weitergeht. Und deswegen ist für uns auch das, wie zum Beispiel Neuseeland diesem Thema begegnet. In der dunkelsten Zeit der Nation stehen sie zusammen mit Respekt und Anstand und machen klare Haltung gegenüber Hass und Rassismus. Das, was der Täter nämlich wollte, er wollte durch Rassismus die Gesellschaft spalten, das wird ihm nicht gelingen. Und das soll auch klar die Botschaft sein dieser Woche, dass die Rassisten, dass die Terroristen keine Chance haben, uns zu spalten in unserem Land. Und dass wir hier in Deutschland zusammenhalten und dass das Thematisieren des Rassismus letztendlich eine demokratiestärkende und eine demokratiefestingende Haltung ist. Und wir werden niemals in diesem Zusammenhang schweigen. Diese wichtige Woche steht nun an mit vielen, vielen Veranstaltungen. Schaut auf unsere Website und auch auf unseren sozialen Medien, was da stattfindet. Wie gesagt, 1700 Veranstaltungen, Auftakt am 15. Dann geht das in der ganzen Woche. Seid mit dabei, macht mit und ja, alles Gute. Gottes Segen bleibt behütet. Gott möge unser Land schützen. Das war's. Das war's. Ich bin Farid Ahmed, ein 15. März 2019-Massaka in der New Zealand-Krassschirche. In dieser Massaka, wir haben 51 peacefulen Worshippers. Aber die Wahrheit ist, wir haben nicht die Peace. Und auch die Peace-lovingen Menschen in diesem Welt, waren mit uns. Mit ihrer Liebe, mit ihrer Compassion. Denn wir haben das Hate-Krassschirchen. Mit der Peace und der Patience reagiert. So, ein Dank und Dank an alle Menschen in diesem Welt. Wir unterstützen uns. Wir betrachten 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 uns. for faith, khala, language, nationality and race. And I believe the Central Council of Muslims in Germany is one of those organizations. And I also like to thank the Council Secretary General, Brother Abdus Samad, for visiting us last year in Kraschersh to be with us. I hear that from 15th of March this year, there is going to be a week-long activities against racism in Germany. I wish all the best and success with all the good activities that are going to take place. Let us work together, unitedly, for a peaceful world. And finally, peace be upon you all. As-salamu alaykum.